Herzlich Willkommen Leute zu einem Crossfire Gameplay Hier wieder mit mir und mit Dem Schwuchtel Selfdiss, aber lass ma's Einer Mutter hat ein Selfdiss Was hat das jetzt mit meiner Mami zu tun? Lass meine Mami aus dem Spiel Nö Darf man Leute auf Youtube öffentlich dissen? Deine Mutter Nein Sergej, jetzt sag mal wirklich Ich bin gerade dabei Kuss Miley zu machen Fuck Was willst du mit dem Kuss? Fail Was willst du mit dem Kuss? Scheiße Was willst du mit dem Kuss? Deine Mutter Was willst du mit dem Kuss Miley? Ähm Ich hab deine Mutter in Skype Meine Mami hat kein Skype Das sagt wer Meine Mami? In dein Gesicht Ja der Josef behauptet Ich mein der Jonas Josef ist ein Spitznamen Ähm Der behauptet Er hat eine schöne Stimme Hustenlappen Nimmst du noch auf? Ich hab nen schönen Penis Hör auf Lass dir grad meinen Penis auf Hä? Lappen Oberlappen Jetzt versuch dies zu überbieten Fuck Off Du bekommst keinen Standardspruch Fuck Okay Das sagt wer Ähm du? Die ganze Zeit? Irgendwie? Fuck off Ja lol Was war das für ein Wallala Ich mag Freunde Leider besitze ich keine So wie die Werbung immer so Nana spielt Nana spielt gerne Mama Anna hätte gerne eine Gell Alter Das ist so ein Scheiß Alter So was Ich hab so was Selbstbefriedigung Alter Eigentlich ist es ja nicht gerade witzig Aber Deine Mutter Irgendwie ist die Werbung ja Fahnie Jeeeey Jetzt ist er da nicht mehr Hä? Hat Magic gemacht Oh hey baby Come here Ja Ich bin Gay Ha ich jetzt den Enden Was ihr mich doch kennt Ich bin natürlich Mein Meister der Streis Nennt das wir ganz am Sehr gay Sehr gay Bist du schwul? Ja Gut zu wissen Der Jan der heute so zu nem 5 Klässlern Ey Hast du gesehen wie der hinterhergerannt ist heute? Ja Das war nicht heute Das war letztes Das war gestern Ja Ja ich sag schon letztes Mal Ne guck mal Da sagt jetzt zu dem einen Typ Ne sagt er so Ey ich mag dich jetzt Dann nehm ich dann Jan so weg Und sag Dann sag ich dem alle 5 Klässlern Lass kill Und so endet mal ein kleines kurzes Gameplay Leute Halt's Maul Dankeschön Halt's Maul